Elite Screens hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Großbilderlebnis zu Ihnen nach Hause zu bringen. Aus diesem Grund haben wir für Sie unsere neueste Heimkinoleinwand entwickelt, Aeon. Die Aeon-Serie ist eine Rahmenleinwand, die das von Elite Screens entwickelte rahmenlose Design verwendet. Das bedeutet, die Leinwand verwendet keinen sichtbaren Rahmen, der die Leinwand umgibt, wie bei den traditionellen Rahmenleinwänden. Das erlaubt eine größere sichtbare Fläche und die Leinwand wirkt schlanker, sodass sie sich besser in die modernen Wohnraumkonzepte einfügt. Das Design verwendet einen innenliegenden Rahmen, der von dem Leinwandmaterial umschlossen wird und so einem riesigen Flatpanel gleicht. Es ermöglicht die Wahl zwischen verschiedenen Tuchsorten. Der Standard ist das matt-weiße Tuch. Optional erhältlich ist das raumlichtabsorbierende, licht- und kontrastverstärkende Ambient-Light-Tuch. Ebenso gibt es die Option, ein akustisches, transparentes Material zu benutzen. Im Lieferumfang ist ein dünnes Samtband enthalten, das Sie als Maskierung verwenden können. Die Wandhalter ermöglichen ein horizontales Verschieben, um das Bild zu zentrieren. Optional ist auch eine LED-Rundumbeleuchtung mit Fernbedienung erhältlich. Mit einer Verbindung können mehrere Leinwände zu einem Large-Format-Display für kommerzielle Anwendungen zusammengesetzt werden. Das mit mehreren Preisen ausgezeichnete Sine White ist ein gespanntes, matt-weißes Tuch mit Gainfaktor 1.1 und hervorragender neutraler Farbtemperatur. Das optional erhältliche Sine Grey 3D ist ein ISF-zertifiziertes, streulichtreduzierendes Material, das bei Tageslicht eine brillante Bildqualität ermöglicht. Das reflektierende Material beinhaltet eine diffundierende Schicht. Das Licht des Projektors wird direkt ins Blickfeld des Betrachters geleitet und verhindert, dass Streulicht das Bild beeinträchtigen kann. Die graue Schicht erhöht den Kontrast. Das polarisierende Material ist auch geeignet für passiv 3D. Beide Tücher sind mit 4K UHD-Projektoren kompatibel. Sie ist nicht nur für abendliches Kino entwickelt worden, sondern auch für das tägliche Fernsehen und Gaming. Durch ihr unauffälliges Design ist sie auch bestens für öffentliche Räume, Bibliotheken, Sportbars, Hotellerie und andere kommerziellen Anwendungen geeignet. Mit der Aeon-Serie bringen sie in ihr Heimkino eine Bildgröße, die weit davon entfernt ist, was heutige Fernseher bieten können. Sie beginnt bei 100 Zoll Diagonale und ist bis zu 150 Zoll erhältlich. Das ermöglicht faszinierende, unglaubliche 3,30 Meter breite Seherlebnisse. Aeon garantiert, dass sie wirklich viel Bild für ihr Geld bekommen. Elite Screens. Markenqualität für große Bilder.